Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battlefest und unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Horde-only-Achievement und zwar heißt das keine Zeit für Apokalypse. Und für dieses müssen wir an Bord des AFMOD gehen und die World Quest. Es gibt keine Blut-Troll-Apokalypse. Innerhalb von 30 Sekunden abschließen, ohne dass wir in einer Gruppe uns befinden. Und als allererstes brauchen wir die besagte World Quest. Ihr seht gerade, bin ich hier mit einem von meinen Gammel-Chars, der aber Horde ist, hier unterwegs und hier habe ich diese World Quest. Und da müssen wir einfach hinlaufen und dann hier mit diesem Roboter klicken oder sprechen. Das ist relativ, ja die ist relativ selten da, so nehmen wir es mit dem Goblin hier oben und dann klicken wir das an. Und die Zeit geht aber hier noch nicht los. Die 30 Sekunden, die ihr wirklich braucht, gehen erst los, wenn wir quasi oben einmal angelangt sind und dann unsere Buttons auch drücken können. Und ich habe hier aber vorher schon mal den Timer gestartet, wie ihr seht. Und so jetzt würden die 30 Sekunden quasi erst losgehen und wir müssen jetzt möglichst viele Dinge abschießen. Und zwar müssen wir 80 von diesen Blut-Trollen innerhalb von diesen, ja, 30 Sekunden umboxen. Und ihr seht schon am besten, schießt ihr nicht immer auf die gleichen Stellen, sondern guckt, dass ihr die weiter entfernten Camps hier macht, dass ihr möglichst viele mit einem Schuss erreicht. Man kann hier sogar auch durch diese Säulen durchschießen und ihr seht, mein Timer wäre schon bei 38 Sekunden, aber ich kriege trotzdem das Achievement, da es halt erst am Zählen ist, wenn man dementsprechend oben ist. Schwierig ist das Ganze nicht, man muss bloß gucken, dass man es ein bisschen aufdröselt mit den Bombenwürfen, ein bisschen auf die entfernteren Sachen auch durch die Säule durchschießt. Und dann hat man es, das Schwierigste an der Geschichte ist eigentlich, jeden Tag zu gucken und zu schauen, ist die World-Quest ab und nicht oder auch nicht. Ja, und dementsprechend könnt ihr das, wie gesagt, nur mit der Horde machen, nicht mit dem Allianz-Charme. Ja, das war es auch schon mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen helfen. Sollte das der Fall sein, dann würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tjela, bis zum nächsten Mal und ciao!